Hallo und herzlich willkommen zurück zu Planet Coaster. Wir spielen heute weiter. Wir haben einiges zu tun. Wir müssen natürlich nach wie vor immer noch gucken, dass wir hier vorne endlich mal so ein bisschen unsere Main Street-Bereiche hier vorne am Eingang irgendwie fertig bekommen. Das Problem, was ich ständig die ganze Zeit sehe, wenn ich wieder neu anfange, ist einfach, dass hier diese Monorail, diese Transportbahn hier oben, dass die einfach immer geschlossen ist, wenn ich wieder da bin. Ich habe ohne Scheiß keine Ahnung wieso. Hier steht wieder da, technisches Problem. Ja, aber trotz alledem ist er einfach komplett zu. Uns das Schlimmste ist eigentlich immer, es steht hier dabei, es ist zwecklos mit Lightline 6 zu fahren. Sieht mir zu ruhig aus, wie auch immer. Keine Ahnung, einmal hat es funktioniert und seitdem nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, wie gesagt, Patch oder irgendwas ist immer ganz toll. Wenn da kommen würde, denn wie gesagt, diese Transportbahnen selbst sind halt, wie sie schon sagen, wirklich sinnlos aktuell. Und das ist natürlich jetzt, ja, ein bisschen weniger toll. Grundsätzlich im Ding selber, wir haben ja bisher noch was erforscht beim letzten Mal. Ah, neuer Achterbarttyp, den kannte ich noch gar nicht. Was haben wir hier noch? Ah, okay, das ist der größte Maler Intermin. Und ja, genau. Also wir haben jetzt hier nur noch eine Achterbahn zum Erforschen. Danach sind wir hier komplett durchforschen. Marketing an sich, glaube ich, können wir uns aktuell echt sparen. 113.000, was wir jetzt hier aktuell immer haben, ist eigentlich sehr gut, finde ich. Dass wir da so weit hochgekommen sind, unsere Gäste selber immer unterschiedlich. Ich habe Durst, der Park ist das letzte und immer verschiedene Sachen, was hier mit dabei stehen. Ähm, es hat sich schon gut eingependelt. So muss man eigentlich, so muss man eigentlich sagen, ja. Sicherheitspersonal, da können wir auch gleich nochmal gucken. Das ganze Zeug wird alles immer relativ schnell zertreten. 600 haben wir monatliche Kosten, na, okay. Gut, hier unten, man sieht schon, einige Leute hauen wieder ab. Ähm, und wir selber müssen natürlich jetzt dann auch erstmal gucken, dass wir hier unten irgendwie das Ganze ein bisschen schöner machen. Und, ja, ein bisschen, ein bisschen anpassen, vor allem auch noch. Hier unten drunter zum Beispiel, hier würde ich eigentlich ganz gerne einen Zug hin machen. Ähm, ja, am besten eigentlich mit Schranke oder sowas. Es soll zumindest ausschauen wie eine Schranke. Ähm, gibt es ja aktuell noch nicht, dass wir auf und zu fahren. Ähm, zumindest nicht mehr bekannt. Aber, ja, keine Ahnung. Kriegen wir schon irgendwas, irgendwas kriegen wir dann schon hin. Aber jetzt würde ich erstmal sagen, dass wir, was wollen wir jetzt? Wollen wir hier vorne weiter am Eingangsbereich? Oder machen wir hier hinten weiter? Was streiten hier, Alter? Ganz schön krass. Mehrere Fahrgeschäfte sind kaputt. Sollten wir uns gleich mal angucken. Kaputte Fahrgeschäfte sind natürlich nie gut. Was haben wir jetzt hier? Hammer Swing ist kaputt. Forge 2 ist kaputt. Lightline. Okay, das ist nach wie vor immer noch defekt. Weiß ich. Aber ich würde fast behaupten, unsere Techniker sind dran. Ist das ja alles auf 0, 0, 0? Ja. Alles auf 0. Hier drin zum Beispiel ist auch noch einiges geschlossen. Hier ist einiges geöffnet. Okay. Gut. Ähm, hier oben sehen wir schon, einmal Mechaniker ist da zum Richten. Das andere war ja Forge 2. Was war denn das? Und hier unten auf alle Fälle vielleicht schon mal nichts. Da geht auch nix. Moment, ganz kurz. Bin gleich wieder da. So. Jetzt müsste es weiterlaufen gescheit. Gut. Musste ganz kurz unterbrechen. Hat hier ein bisschen Probleme gemacht gerade. Aber ich würde sagen, können wir ganz normal weitermachen jetzt. Schauen wir mal. Ähm. Wo waren wir jetzt? Achso. Genau. Wir wollten uns entscheiden hier unten, was wir, ähm, was wir weitermachen wollen. Ob wir jetzt hier unten in unserem Eingangsbereich weitermachen oder ob wir vielleicht dann doch nicht an der Achterbahn unten weiterbauen. Ähm. Der Eingangsbereich selber hoffe ich, ist jetzt dann gleich mal repariert. Beziehungsweise unsere Attraktion hier, damit wir die mal, ähm, wieder öffnen können. Um zu gucken, ob sie jetzt diesmal vielleicht gleich ein bisschen was getan hat. Oder nicht. Ähm. Natürlich. Schauen wir mal ganz kurz. So, das passt doch alles, okay. Äh, natürlich müssen wir dann auch gucken, dass wir auf der anderen Seite die Attraktion hier dann mal zumachen. Oder die Attraktion hier mal weg machen. Oh. Okay. Da passt was nicht, 100 Prozent. Da müssen wir mal gucken. Ähm. Was soll ich denn? Ein kleines bisschen nach oben setzen. Der frisst sich sonst unten. Okay. Sieht besser aus. Gut. Das ist in Ordnung. Also, wir hatten ja den anderen Bereich, das andere Zeug hatten wir ja schon angefangen. Da waren wir jetzt beim Forschen. Genau. Ich bin jetzt ganz aus dem, ganz aus dem Konzept hier. Ähm. Da haben wir technische Probleme. Sind das noch zwei? Okay. Das ist natürlich einmal die Attraktion hier unten. Und noch irgendeine andere. Aber es ist keine von denen hier. Du bist geburt, oder? Was bist du? Ne, die funktioniert, aber da wird kein Mensch mitfahren. Naja, okay. Gut, gut. Also, schauen wir mal. Hier auf der Seite. Hier wäre noch ein kleines Häuschen auf alle Fälle ganz gut. Schauen wir mal. Können wir vielleicht... Was haben wir genommen? Hier. Hier waren diese Steinchen. Ja, wo war das ganze Zeug alles? Hä? So, das ist er. Gut. Ähm, hier versuchen wir jetzt natürlich erstmal so ein kleines bisschen an der... Ding entlang zu bauen. Schauen wir mal kurz, wie wir da vielleicht... Gucken wir mal hier. Ah ja, geht ja wunderbar dran vorbei, oder? Guck an. Geht wirklich super dran vorbei. Ähm, schau mal. Von der Höhe her würde ich sagen, ist eigentlich... Soweit auch in Ordnung. Gut. Einen kleinen Ticken nach unten wäre vielleicht ganz schön, ne? Also erstmal eigentlich... So, die Höhe wäre ganz toll. So. Machen wir mal bis hier hinten kurz vor der... Oder bis hinten kurz vor Kurvenende. Und da fährt er dann die Monorail vorbei. Okay. Also, so machen wir es auf alle Fälle. Mit dem hier. Zack, 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 zack. Das würde ich behaupten, ist in Ordnung. Okay. Hier unten drunter kommt jetzt natürlich dann der Baum. Das ist natürlich ein bisschen weniger gut. Aber wir brauchen dann zumindest hier den gleichen... Den gleichen Abstand hier. Gut, dann brauchen wir noch ein bisschen was für den Boden unten drunter. Beziehungsweise das Erste, was wir machen, ist mal ganz kurz nur hier... So vielleicht, hä? Ja. Das würde... Das Blöde ist einfach, dass hier immer dann... Dann dann... Hier immer das Ding durchschaut, das Holz und sowas. Das ist ein bisschen blöd, finde ich. Aber jetzt kommen wir fast nicht... Fast nicht drum rum erstmal. So. Aber immerhin können wir hier einen relativ langen... Ding bauen, so. Okay. Und da hängt jetzt der Motor unten im Holz. Das ist jetzt wirklich ganz frei. Das ist in Ordnung eigentlich. Das ist jetzt ein bisschen problematischer dann schon. Geht natürlich nicht mehr. Aber so wäre es wieder... Ja. So wäre es wieder in Ordnung. Okay. Warte mal. Haben wir vielleicht die Möglichkeit... Müssen wir es uns erstmal kurz probieren? Und ich setze es immer nach unten da. So. Wenn wir das als... Stufe machen. So. Ja. Würde ich sagen. Ist gut. Na da, die ist ein bisschen arg schnell, die Bremse. Also die haut es hier schon ganz schön... Die haut es hier schon ganz schön rein. Aber okay. Na gut. Aber trotzdem würde ich sagen... Lassen wir das hier an der Stelle so innen drin. Natürlich an der Wand würde ich noch gerne so ein paar Dinger haben. Ein Bö... Ein Bögen. Ein paar Bögen mit dabei. Das gleiche ist natürlich auch für hier außen. Die Frage ist nur, ob wir das Gebäude an sich so miteinander verbinden sollen. Wäre vielleicht auch noch ganz schön, ne? So. Mal ganz kurz gucken. So. Über die Gebäude so in den anderen rein. Das geht jetzt hier nach innen rein. Das ist nicht gut. So. Ein bisschen anpassen. Dann sollte das eigentlich ganz gut sein. So. Guck an. Fällt fast nicht auf. Das war nichts. Oh oh. Unsere Achterbahn ist kaputt. So. Gut. Dann haben wir den hier schon. Der ist dann quasi hier unten mit angeschlossen. Hier auf der Seite. Ja. Könnte man nicht schauen, was wir da sonst noch machen. Ob wir sagen, okay, wir nehmen da auch einen Fußboden. Wie hier auf der anderen Seite drüben. Und machen zu. Also so wie hier. In Holzoptik. Bis hier. Ach so. Natürlich vor allem ist ausgerechnet die Achterbahn kaputt. Ich habe zwar gesehen, es ist das eine, aber ich wusste nicht, dass das Wendigo war. Aber okay. Andere steht oben. Das einzige, was wir vielleicht dann doch machen, das ist, dass wir... Ach halt, ich sollte erstmal das hier kurz entfernen. Ähm. Ich würde gerne das hier. Na, hallo. Gefühlt reagiert das Spiel momentan nicht ganz so, wie es... Früher reagiert hat. Also, finde ich jetzt zumindest. Ich weiß nicht, hat sonst noch mehr Probleme irgendwie? Dass das Spiel nicht ganz so... Reagiert, wie es soll. Ähm. So. Nur mit dem hier noch wäre es ganz schön. Äh, hallo? Geht das nicht? Okay, das andere geht nicht so, wie ich es wollte. Aber jetzt haben wir es zumindest mal so, dass wir das auf eine Ebene gebracht haben. Von hier können wir es auch schon, dass nach unten läuft. Das ist dann ganz gut so. Ähm, hier. Brauchen wir natürlich jetzt auch erstmal wieder die gleiche Größe. Ne, beziehungsweise erstmal hier wieder innen drin verschwinden lassen. Das passt auch gut. Gut, dann sollte man das mit dem hier auch ganz gut hinbekommen, würde ich mal sagen. So, dann muss man das auch wieder jetzt zum Fokus rausnehmen. Und... Ah, da ist jetzt dieses Ding im Weg. Bisschen unübersichtlich, finde ich. Aber... Wenn man die Kamera dreht, geht's ein bisschen. Okay. 100% stimmt's noch nicht. Das heißt, ich muss eigentlich... den Bereich hier nochmal ganz kurz nehmen und verschieben. Äh, hallo. So, jetzt ist es besser. Jetzt zwar nicht 100%, man sieht hier schon auf der Seite, sieht das so aus wie so ein gefühlter Zentimeter irgendwie. Aber ich würde fast sagen, es ist in Ordnung. Gut. Natürlich brauchen wir jetzt auch hier in dem Fall wieder das, ähm, das Holzdach. Schauen wir mal, haben wir hier dann gehabt. So, nehmen wir fast mal die Höhe, oder? Weil da unten ist ja dann... Ups. Weil da unten ist ja dann auch fast so die... ganze Mechanik sollte unten natürlich dann schon noch da sein. So, gut. Das hier an der Stelle passt schon mal. Ähm, jetzt brauchen wir natürlich noch hier auf der drüberen Seite einmal. Beziehungsweise wir können aber auch gleich den hier nehmen und übernehmen. Nur da müssen wir auch wieder... das der Größe ein bisschen ändern. So, gut. Sitzt. Ja, das finde ich eigentlich ganz in Ordnung. So schaut es jetzt aus, als wenn er wieder zurück in so ein Gebäude einfährt. Ist eigentlich in Ordnung, finde ich. Ah, Techniker war da, ist gut. Und hier sieht es dann so aus, als wenn er aus dem Gebäude dann quasi rausfährt. Ist dann auch in Ordnung. Und hier hinten, da müssen wir dann echt noch gucken, wie wir was machen am besten. So, Vorschein jetzt gleich durch. Spezialeffekte. Warte mal. Äh. Attraktionen. Achso, halt hier hatten wir noch die Lautsprecher. Genau. Gäste, da wollten wir noch kurz gucken. Hier, der Park ist immer das letzte zu 8%. Und da ist... Ja. Ich kann... Ich hab... Insgesamt hab ich 165.000 Dollar Darlehen schon gehabt. Und davon waren 19.000 Zinsen. Na, schmarrn. Die Zinsen kamen noch dazu. So. Was haben wir hier noch? Profitabel ist der Laden, Service, ähm, GFB430. Und profitabel ist das Fahrgeschäft, ähm... Burley Rig 2. Was ist denn das? Burley Rig? Du bist der Twister? Oder da irgendwer? Also es muss ja eigentlich fast... Hier, das ist es. Aber mit Sicherheit auch nur deswegen, weil die Unterhaltskosten dafür so wenig sind. So, das hier funktioniert... Ah, noch alles ganz gut. Aber apropos, Moment. Ganz kurz, denn... Hier, die Läden sind nämlich zu, sehe ich gerade. Einmal Milchshake. Und einmal unseren Informationsstand für Fastpass-Tickets. Okay, da fährt ein Zug, da fährt der andere Zug. Das passt auch. Die Bremse hätte eigentlich hier vorne schon so ein bisschen greifen müssen. Aber ist okay. Auch der Abstand hier finde ich noch sehr in Ordnung, finde ich. Alles okay. So, hier auf der Seite, kann man fast mal gucken. Da würde ich ganz gerne noch einen Baum von denen hier benutzen. Nein, nicht die Oberfläche ausrecht benutzen. Und zwar, dass man das hier so ein bisschen verdecken noch kann. Aber es soll natürlich auch nicht nach innen wachsen. Jetzt machen wir das mal ganz kurz weg. Das gleiche gilt dann auch nochmal fische-seitig. Ich will mich auch gerne noch. Okay, hier haben wir zwar ein kleines bisschen Baum durchlaufen, aber es ist in Ordnung. Gut, hier auf der Seite, da können wir natürlich zack, 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 zack. Finde ich gut. Passt. Jetzt brauchen wir hier drüben allerdings dann noch diese Türen. Oder diese, ja, Fenster eigentlich eher. Ich muss noch eine Frage, war das das hier? Nö, der war es nicht. Aber es wäre vielleicht gar nicht so hässlich, oder? Wenn wir uns den hier oben drauf setzen. Wenn man das so drauf macht. Finde ich in Ordnung. Von der Farbe her. Eigentlich sollte aber diese Seite hier auf dem Ding drüben zu sein. Da sollte man lieber ein bisschen Verzierung hinmachen und auf der anderen Seite offen lassen. Ich glaube, dass das ein bisschen... Ja, ein bisschen schöner ist, glaube ich. So, dann machen wir das nochmal ganz kurz weg. So. Wir setzen oben drauf, wie wir gesagt haben, einmal die normale Wand von denen. Wenn ich es irgendwo finde, gerade die Betonwand, die war es sicher nicht. Kalkputzwand, die war es. Yes. Okay. Es nimmt langsam Formen an. Und so soll es natürlich dann auch sein. So, hier an dem Fleckchen weiß ich jetzt gar nichts. Soll ich mal das lieber so machen, dass er hier innen dann geschlossen ist, so? Oder soll man den bis hier auf der Seite offen lassen? Na, wobei, geht ja gar nicht. Dann müssen wir so machen. Okay. Alles kein Problem. Das gleiche würde ich natürlich auch dann direkt hier auf das hier mit drauf machen. Und zwar... Wir fangen auch erst mal hier mit dem Bogen an. Bis ganz oben hier macht es natürlich keinen Sinn. Wir haben hier die Monarche unten durchlaufen. So, bis hierhin ist es in Ordnung, ne? Jetzt gucken wir mal. Die Station sollte natürlich nicht zu niedrig sein. Das ist natürlich schon mal ganz klar. Eins, zwei. Hier können die Leute noch durchlaufen. Das ist auch gut. So. So. Was mache ich jetzt hier? Zwischendrein? Nichts. Hier den Bogen. Dann steht er hier auf der Seite raus. So. Sieht so ein bisschen... Dann machen wir es so... Oder müssen wir es eigentlich so machen, dass wir hier, ähm... Ja, eine normale Wand benutzen. So. Ja. Das würde ich sagen, ist in Ordnung. Hier unten braucht man natürlich dann auch nochmal... Das muss ich nur auf diese Höhe wieder aufpassen, dass wir das, ähm... Gleich setzen. So, so. Ach, wobei, aber jetzt hier ist es jetzt. Ja, wobei. Das verkleiden wir einfach noch ein bisschen. Dann schaut es gar nicht so schlimm aus. Okay. Da geht es natürlich wieder mal nicht. War auch schon fast klar. Und hier an der Stelle... Ist die Frage... Brauchen wir es? Überhaupt? Das ist natürlich falsch. Immer das Gleiche hier. So. Okay. Ähm. Aber jetzt hängen wir hier oben. Das würde ich so machen, ne? Ich würde, dass wir sowas... Ich weiß gar nicht. Gibt es das schon voreingestellt, irgendwie? Dass wir hier, ähm... Nicht mehr das anpassen müssen mit Rastergröße. Das ist nämlich ein bisschen... Ja, ich muss schon sagen, echt ein bisschen nervig. So. Jetzt würde ich aber ganz gerne mal kurz als... Schauen wir mal, weil der hier oben schon unterwegs ist, der Zug. So, fangen wir mal ganz kurz mit. Ja, okay. Ich würde sagen, passt eigentlich ganz gut. Vor allem ist es auch so von der Optik her gar nicht so hässlich. Dass das so gemischt ist, ähm... Macht es sogar fast ein bisschen schöner, finde ich. Nicht so trist, nicht so dunkel. Das Einzige, was wir noch machen müssen, auf alle Fälle... Das ist mal von dem hier drücken, hier das... Hiermit weitermachen. So. Dann haben wir hier zwischendrin wieder Bockmist. Passt natürlich auch wieder nicht. Aber da vergleiten wir es einfach dann nochmal mit was anderem. So, gut. Ähm, hier einmal so und das hier. Das ist nix. Das ist auch nix. Äh. Von dem gibt es was tolles und von dem anderen nicht. Von... Kann geiern hier oder was? Kalkenputztruttel. Natürlich. Da gibt es auch nur diese hässlichen Teil... Äh, sag mal, da gibt es ja... Halber Stückboot, das will ich doch alles gar nicht. Kalk Zementputz. Haben wir hier wieder... Was ist das? Halbziegel und was auch immer. Das passt natürlich wieder hinten und vorne nicht. Hier zwischendrin wäre es natürlich klasse. So. Aber dann ist halt wieder... Was ist hier drüben, ne? Hier zumindest kann man es ja wirklich relativ schön zu machen dann. Und dann nehmen wir jetzt gleich noch mal... Die von hier. Komponente. Das ist nirgendwo nicht. Ja. Ja, jetzt bräuchte ich halt einfach nur noch eine halbe Wand. Dann wäre es ganz gut, ne? Aber... Gibt es halt irgendwie nicht. Ansonsten müssen wir halt schauen, dass wir echt auf sowas ausweichen. Auch wenn ich das... Auch nicht so toll finde. Aber so haben wir zumindest unseren Bogen so ein bisschen mit dabei. Ja. 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 Behältet jetzt nichts. Ausnahmsweise müssen wir so machen. Ähm... Boah. Profil insgesamt 50.000 Minus. Sie kostet monatlich 1146 Dollar. Ist natürlich schon echt eine riesen, riesen Hausnummer. Da würde ich ganz gerne noch mal kurz die überprüfen lassen. Forschung ist abgeschlossen. Oh, ein Divecoaster. Sehr geil. Jetzt kann ich immer nur noch eine Achterbahn erforschen. Aber immerhin. So. Das passt auch. Gut. Dann haben wir das hier. Ähm... Sollten vielleicht dann auch beim nächsten Mal nochmal gucken, ob wir nicht noch irgendwie, ähm... Beleuchtungstechnisch weitermachen. Halt... Das hier ist noch geschlossen. Den würde ich ganz gerne eröffnen. Auch wenn die Leute nicht herkommen. Aber trotz alledem. Die Bahn... Soll offen sein. Die Bahn muss fahren. Die Leute laufen dann vorbei. Waren wir aber schon fast klar. Gut. Ähm... Gleich bin ich weg. Warte. Warte. Ganz kurz. Hier nochmal kurz nachschauen. Da hat noch keiner irgendwas gekauft. Super. Ach, warte mal. Stopp. Halt jetzt. Jetzt sind wir auf den ersten Schlag. 31 Dollar und hier sind wir auf 126 minus. Ähm... Ja. Ist natürlich jetzt nicht wirklich gut. Muss man schon auch sagen. Hier unten drunter. Das funktioniert noch alles. Wobei der auch zugemacht hat. Ich verstehe es nicht. Warum... Warum ist der zu? Wir haben ja noch niemanden. Danke. Wir haben das ja. Ich hab die doch alle ausgebildet. Ich hab ein bisschen nervig. Aber da muss ich sagen, bin ich gespannt aufs nächste... Ähm... Auf nächstes Patch. Da geht's ja bald... Da müsste es eigentlich bald losgehen. Mitte November hat's geheißen. Die Folge kommt zwar irgendwann Mitte November raus. Ähm... Beziehungsweise wann kommt die Folge raus? Ah, am 14. Okay. Also... Ihr werdet die Folge seht, kommt's am 14. Aufgenommen hab ich's ja jetzt am 1. Aber egal. Gut. Also... Ich sag danke fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wenn noch Wünsche sind, Anlegungen sind... Ähm... Kritik... Ähm... Keine Ahnung. Bauchschmerzen. Was auch immer. Keine Ahnung. Sagt einfach Bescheid. Schreibt's mir. Ich versuche irgendwas umzusetzen. Oder versuche das mit euch auszuarbeiten. Gut. Ich sag danke fürs Zugucken nochmal. Und... Ja. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.